Willkommen und weiter geht's mit Rocket League, mit dem Sarazar und dem Sargent Rumpel und heute gibt's wieder zwei Matches. Mal schauen, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich bin nicht der Sargent Rumpel. Ich bin der Pink Wizard. Bestimmt ja. Er ist der Pink Wizard. Ich bin der Pink Wizard. Okay, ich finde das irgendwie schwarz gut. Mal gucken, es war ja sehr wechselhaft, die letzten Folgen. Mal haben wir gewonnen. Ja, wir haben als Team absolut gerockt und dann hast du deinen Disconnect gehabt und dann haben wir verloren. Ja, so muss man es einfach sagen dann am Ende. Boah, diese Wüte sieht doch einfach nur scheiße aus, ey. Der Pink Wizard sieht scheiße aus. Ey, du bräuchst den Hexenhut, Pink Wizard. Ich hab den gerade. Hab ich doch. Hast du den? Ja klar, ihr müsst jetzt mal gucken. Ihr müsst jetzt mal gucken, wie ich aussieht. Ich hab den auch, ich finde den cool. Ich hab auch Loki und ein Dollarzeichen. Ein Dollarzeichen, ich bin ja geldgeiler YouTuber, ne? Ja, es gibt auch Räder mit Dollarzeichen. Ah, wie bei GTA, das Auto von den Alchemisten, ne? Oh, los geht's schon mit dem Rennen, ja? Oh, los geht's. Oh, los geht's auch nicht. So, der kommt. Ganz gut, ja. Das kann doch nicht sein, ey. Ah, schade vorbei. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben keinen hinten. Da ist niemand, da ist niemand. Ah, ja, ich bleib wieder da. Für Kof Loka. Ich bleib wieder hinten. Oder Kof Loka 87. Wahrscheinlich ein richtig verrückter Spieler. Der ist voll loko. Ja, loko, loko. Jetzt muss ich aber wieder drauf, jetzt bin ich hier vorne. Okay, dann geh drauf, ich bleib hinten. Ich bin halt gewohnt, als wäre ich dann doch wieder nach vorne gefahren. Ja, ich kann dann auch gerne nach dem Draufstürmen einfach nach hinten kommen. Fuck. So, jetzt bin ich hinten. Okay. Ich glaub, hier bin ich... Ja, 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 der ist... Ah, schade, da war noch einer. Schade, das hab ich nicht gesehen. Ah. Ah, da kommt der Benni an. Ja, da war er wirklich am Start. Der Pink Wizard hier, jetzt können wir ihn mal sehen. Oh, an die Decke. Oh, 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 oh. Mein Bällchen. Boah. Ah, ich brauch... Nito! Dammit. Ah, das gibt's doch nicht. Vorbeigefahren. Oh. Ah, der ist abgeprallt. Ja, ja. Von mir zu mir. Aber solange der nicht direkt vor das Tor fällt, ist alles gut. Nee, ist alles gut. Alles gut. Ah. Mann. Alter, ich spiel so einen Scheiß zusammen. So schlecht hab ich jetzt in den letzten Folgen. Oh, die machen ein Eigentor vielleicht. Hahaha. Hahaha. Immer die Hoffnung auf das Eigentor schwebt. Oh, war nur Mittelwapers, war der Rumpel da. Ja. Oh, schade. Aber ich hab den nicht gerade hingekriegt, leider. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, der ist Zeiss. Oh, da. Ne, das... Boah, schön weggeballert. Weggemacht. Schön. Ah, angehalten. Jetzt muss er nur noch raus. Oh. Sehr schön, Sarge. Rettung. Da war die Rettung. Schön. Richtig gut. Ah, fuck. Ich dachte, den bekomm ich mit dem Raketenantrieb. Vorsicht, Benni. Oh, schön. Ah, bin ich mal früh drauf. Oh, da werde ich ungenutzt hier gerade. Probiert mich doch tatsächlich einer wegzurammen. Unverschämter. Oh, sorry, Benni. Oh, voll aus dem Tor gehauen. Ich komme. Ja. Ja. Ja, Alter. Wie eine Rakete angeschossen. Guck mal, Benni noch. Ja, erstmal mich weghauen. Ich konnte es gar nicht erwarten. Aber dafür warst du perfekt vom Timing. Ja, ja. Ja. Ich versuch die immer seitwärts noch zu kriegen. Ja, mein Finger klappt es auch. Aber diese Geraden sind halt echt saver, ne? Der Pink Wizard dribbelt. Oh, fuck. Vorbei. Und ich auch so knappe Scheißen. Ja, schön. Aber da ist keiner. Ne, leider nicht. Oh, da bin ich auch noch weggerammt. Ist ein Unverschämter. Ah. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der ist gut, der ist gut. Rumpi. Nein, Rumpel. Nein. Was war das denn? Ach so. Nein. 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 Ich guck's nicht an. Ach, das ist so blöd. Das war so schlecht. Wie wir da vorne standen wie so Hampels. Ah, siehste mal. Ja, Mann. Dann haben wir den Konter halt brillant hingelegt. Und das verdiente 2 zu 1 hier. Über mich drüber gelupft, ey. In die Hand genommen. Ich fahr. Ich fahr. Oh, Backe. Ja, ist alles gut. Ah. Ich krieg heute irgendwie nix hin. Jetzt hätte ich Tomaten auf den Augen. Boah, super Benni. Okay. Okay, safe. Nein. Dreh mich hier irgendwie wie so ein bescheuerter. Okay. Rumpi. Letzter war. Kommt. Kommt. Der fliegt rein. Nein. Schade. Ja. Ja. Oh. Nein. Wir haben noch rausgehauen. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. Das kann ich nicht fassen. Das kann ich auch nicht fassen. Ich hab den seitwärts reingehauen. Der hätte drin sein müssen. Pff. Also, dass wir den Ball Kamera abschalten, das krieg ich absolut noch nicht hin. Oh. Nein. Der ist raus. Der ist raus. Boah. Das war geplant. Schön. Oh. 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 Ja! Oh. Ja. Oh. Oh. gleich. Guck mal jetzt. So, muss rein, muss rein. Ich springe immer schon so ein bisschen vorher ab, dann hat man da bessere Chancen, den Ball. So ein kleines, jetzt geht es immer so um Timing. Vorsicht, Benni. Der Japaner im Alleingang. Oh mein Gott. Das sah bei mir ganz komisch aus. Der hat noch vorbeigesoben. Der hat echt doch richtig schön gelupft da noch. Ey Leute, wir haben 46 Sekunden Zeit. 46 Sekunden. Oh. Alter, wie der mir den Arsch drin verpasst hat für den Spruch. Ey, der ist drin. Nein! 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 Was für eine traurige Scheiße. Alter, ich musste so gelachen gerade. Guck, ich bin von oben da runtergeflogen. Oh Mann. Ey, Benni braucht ein neues Internet. Ich weiß auch nicht, was er kann. Ja. Oh. Ach, Sonntagabend ist einfach nicht gut hier. Warum? Voll blöd gelöst bei uns. Ja, die sind alle zu Hause und spitzen. Ja, genau. Ja, aber jetzt. Nicht mal bei mir. Nein, warum? Ja, da geht ja. Ja, sehr schön. Oh, den hat der nochmal. Ah, vorbei. Nein, da ist schon rum. Schön, schön, komm. Ach, Mann, oh. Komm, Robin. Oh, oh, nein. Nein, 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 ging nicht. Der hat ihn weggehauen. Oh, scheiße. Das war's. Schade. Da steht der Pink Wizard. Da steht der Pink Wizard und trauert. Aber ich, ey. Oh, ich habe gerade so ein Hippie-Zeugs bekommen. Ah, geil. Den Revanche könnten wir machen, ne? Ja, den Revanche machen wir noch. Wir haben ja noch einen. Die ziehen wir ab, ey, sag ich euch. Ja, genau. Die waren eigentlich besser. Die waren eigentlich. Aber ey, die hatten, die hatten auch echt Ryo Ikazuchi, ne? Und der ist jetzt weg. Ja, und Kof Loka ist aber noch da. Aber Kof Loka war auch nicht schlecht. Ja, Kof Loka war auch schon öfter mal dabei. Moment. Ich muss mal gerade hier meinen Portemonnaie, das muss ich mal aus der Tasche nehmen. So, super. Da bin ich wieder, meine Freunde. Da bin ich wieder. Ich gehe drauf. Bin vorne. Oh, ich bin jetzt endlich mal der Blue Pink Wizard. Das ist ja gut. Und ich habe die Blitzantenne. Das ist so geil. Das sieht so blöd aus. Kann man eigentlich die anderen, ne, Sarata hat das Dollarzeichen, den sehe ich so ein bisschen, aber. Hier gibt es ja jetzt noch eine Spieler so gerade. Und es ist übrigens immer noch eine Hardcore-Session, weil wir nicht aufhören können, dieses Spiel zu spielen. Ja? Zu Suchten. Spielen wir jetzt, spielt die jetzt mit. Ich glaube, wir spielen mit Bots, ne? Ja, ja, die spielen mit Bots. Ah, doof. Funktioniert wieder nicht irgendwie. Ne, da war der Kof Loka, aber der hat keinen anderen zwei gefunden. Ich wollte sagen, dann machen wir mal hier einen Abbruch, weil, ähm, also beziehungsweise. Geben wir raus, oder was? Ja, oder? Okay. Ja, das hatten wir jetzt ziemlich oft. Ja, also matchen gegen Bots. Das können wir in der Saison machen, ja. Aber auch nicht so, Wetter. Doch, ich bin draußen. Sarata Rumpel, ich trinke noch mal ein Schlückchen an mein Getränk. Du suchst doch mal ein Spielchen, oder? Du bist doch der Gruppenmann, Führer. Ja, ja, gut. Der Führer. Ja, gut. Hahaha, ihr Führer gesagt. So. Ey, als mein Spiel eben abgestürzt ist, wurde ich voll zurückgesetzt. Was war denn da los, Benjamin, bei dir? Ich weiß nicht, ey, aber guck mal, mir fehlen, mir fehlen jetzt voll viele Gegenstände und ich bin auch ein Level weniger. Echt? Ja, das ist ja nicht, weil der gecheatet hat immer. Ja, genau, der war so, wie haben die das rausbekommen und haben sich bestraft haben. Es hat nämlich so ein Thoradar-Mod bei Google eingeben. Ja, das kann gar nicht sein, dass einer ständig so viele Bälle hält. Kann gar nicht sein. Jetzt hat bestimmt einer irgend so einen Scheiß-Pfeil gemacht, wo dann irgendwelche Viren bei den Leuten auf dem Rechner haut die Thoradar-Mod. Achtung, ich bleib hinten. Okay, ich bleib auch hinten. Ne, wie? Du bleibst auch immer. Zwei müssen wir drauf. Ja, mach ich alleine. Der Benni hat das gut gemacht. Der ist nämlich ein alter Hase. Wir haben einen Lagging-Server. Oh nein, was haben wir denn für ein Glück heute? Oh! Ne, das macht keinen Sinn. Ne, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, Freunde. Soll ich nicht, dass es so aussieht, aber ich tauche hier durch den Boden hindurch. Hä? Auf den Lagging ist der Benni irgendwie... Dann gehen wir mal wieder. Oh ja. Genau, bei mir geht's voll gut jetzt gerade. Ich habe überhaupt keinen Leck. Echt? Ne, bei mir überhaupt nicht. So ganz kurze Zucker aber. Ja, ja, so ganz kurze Zucker, die aber auch echt... Was? Das ist unschweihbar. Man stoppt die ganze Zeit so ein bisschen. Oh, da ist glaube ich ein Schwede unterwegs. Vielleicht haben die noch irgendwo eine Leitung... Alter, das geht gar nicht. Ne, jetzt geht's gerade gar nicht mehr. Ich geh ja raus. Das wird zu blöd. Tschüss. Tschüss. Tor! Was? Oder? Ne, schade. Na, ich geh raus. Oh, ich muss schnell meinen Scheiß hier... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich muss schnell das Dollarzeichen ändern. Das finde ich so kacke. Ich finde Dollarzeichen ist doch... Ach, guck mal. Frieden kann ich hier dranhängen. Ne, Frieden ist nicht meine Message. Loki. Frieden ist nicht meine Message. Das ist ja der Gott der Wikinger, ja? Ja, Frieden zumindest hier nicht in dem Spiel hier. Aber Loki ist ja der Gott der Wikinger. Was soll das denn für ein Loki sein? Frieden ist nicht meine Message. Achtung. Doch, aber ich hab das scheiß Dollarzeichen. Das grüne, das grüne Dollarzeichen. Ja, ist so hässlich, Alter. Ey, was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Jetzt wieder nicht genug in Spiele. Ja, ich glaube, es ist auch überlastet, ne? Jetzt ist gerade halt Prime Time. Prime Time, du umzocken. Am Sonntagabend. Und wir zocken schon die ganze Zeit und wollen nicht mehr aufhören zu zocken. Deswegen zocken wir weiter. Achtung. Ah, das sieht aus wie Bots. Ja, das sind Bots. Ja, die hatte ich schon mal. Mann, das ist doch dooooh. Aber das sind doch Rex und Stinger, Rakete. Ja, das sind Bots. Komm, nochmal ein Match verlassen. Ein letztes Mal noch. Ein letztes Mal versuchen wir es? Na gut. Ja, wenn es nicht klappt, dann egal. Dann geht es halt gerade nicht.